das hatte ich doch nicht vor kamera ist ausgegangen la 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 ok gleich gibts den da in Schirkelkuchen also den gibts nicht aber den schmeiß ich in die Produktion rein ja 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 ich hab schon wieder Sachen vercheckt Jetzt checke ich gleich nochmal ne Runde. Guck mal, Kekse kann ich auch nochmal backen, aber erst in 19 Minuten und ein paar Sekunden. Wie voll oder leer ist das Lager jetzt? Ach Gott, Leute. So wird das nix. So wird das gar nix. Komme ich nicht voran. Ja gut, aber dann kann ich jetzt hier die nächste Butter herstellen. Zack. Okay, ich brauche noch eine Afghani und dann ist die Story wieder einen Schritt weiter. Sehr gut, sehr, sehr gut. So wird das nicht so gut. Das war's für heute. Hm. Oh, ich hab's gleich. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Als ob Junge, als ob. Okay, aber jetzt wo ich gerade die Lager wieder leer krieg, ich sag's doch, wir bekommen Touristen. Gutes Haschisch ist immer eine Reise wert. Ausgezeichnete Arbeit. Ich nehme an, der Tourveranstalter ist durch den Artikel in diesem Magazin auf uns aufmerksam geworden. Diese Tour muss ein Erfolg werden, dann kommen mit etwas Glück in Zukunft weitere Touren. Ich glaub's immer noch nicht, dass diese Touristen nur für unsere Produkte den ganzen weiten Weg hergekommen sind. Wir sollten etwas besonderes herstellen. Wie wäre es mit etwas G13 Haze? Ja, besorgen wir gutes, starkes G13 Haze und etwas Kief dazu. Verbessere die G13 Haze Qualität um insgesamt 30. Na gut, also die Aufgabe wird ein bisschen dauern, weil das krieg ich zwar hin und das krieg ich auch hin. Und G13 Haze werde ich auch verbessern. Aber so schnell halt nicht. Ey guck mal hier, geil. Pam, Pam. Wenn ich jetzt nochmal so schöne Afghani abschneiden kann, dann kann ich hier auch nochmal. 19 Platz brauche ich noch. Ja passt gerade so. Das passt gerade so. Lalalala, passt gerade so. Oh nochmal Geld. 25.000. 25.000 Geld. Ich brauche immer Geld. 25.000 Geld ist eine Menge Geld. 25.000 Geld. 25.000 Geld. 25.000 $bakch. 25.000 $h180. 25.000 $800. 25.000 $18. Oh, warte, das war dämlich, weil ich das hier... Okay, aber ich habe ja zum Glück zwei gepflanzt. Ich weiß auch jetzt plötzlich wieder ganz genau, warum ich das immer mache, zwei pflanzen, weil immer irgendwas dazwischen kommen kann und dann hast du in 0, nichts irgendwas zu wenig. Um, um.